Nachdenkseiten Die kritische Website Faktencheck der Faktenchecker Wie Korrektiv seine Leser über den Taurus-Mitschnitt desinformiert Von Florian Warwick Regelmäßig verschickt die Korrektiv-Redaktion einen Newsletter mit dem Titel Korrektiv-Spotlight Schwerpunkt ist diese Woche, wenig überraschend, die Veröffentlichung des via Webex geführten Gesprächs mehrerer hochrangiger Bundeswehroffiziere und Generäle. Doch unter der Überschrift Abgehört von Russland betreiben die selbsternannten unabhängigen Faktenchecker, die ihre mit Abstand größten Geldzuweisungen vom US-Multimilliardär und eBay-Gründer Pierre Omidar sowie staatlichen Behörden erhalten, genau das, was sie vorgeben, zu bekämpfen. Massive Desinformation. Selbst das sogenannte Havanna-Syndrom wird in dem Zusammenhang trotz offiziellem US-Dementi Russland zugeschrieben. Gleich zu Beginn wird dem geneigten Leser erklärt, dass die Thematik etwas kompliziert sei und deswegen eine Einordnung nötig sei. Immerhin verlinkt Korrektiv im Gegensatz zu fast allen anderen Medien in Deutschland direkt auf die ursprüngliche Veröffentlichung durch Margarita Simonian, die Chefredakteurin des staatlich finanzierten Medienunternehmens Rossiya Servatnia. Bei den Faktencheckern aus Essen liest man dazu, veröffentlicht von einer Mitarbeiterin des russischen Staatsfunks auf Telegram. Damit hört der zumindest noch halbwegs faktenbewährte Teil zu der Thematik aber auch schon auf. Denn direkt im Anschluss heißt es in der Einordnung weiter, müssten bei einer Lieferung zusätzlich zu den Raketen deutsche Soldaten vor Ort im Einsatz sein? Diese Aussicht nämlich ist der Grund, warum Bundeskanzler Olaf Scholz gegen die Lieferung ist. Er sagt, auf diese Weise würde Deutschland in den Krieg mit hineingezogen. Die abgehörten Militärs besprachen dagegen in ihrer vermeintlich vertraulichen Runde, das sei nicht der Fall. Man könne ukrainische Soldaten ausbilden, um die Raketen zu steuern. Russland ging es also darum, die Glaubwürdigkeit des Kanzlers und damit der Bundesregierung insgesamt zu beschädigen. Zitat Ende. Und erneut Zitat Korrektiv. Thema des Tages. Die Bundeswehr hat seit dem Wochenende eine neue Affäre. Russland hörte hochrangige Angehörige ab, die über den möglichen Einsatz von Taurus-Raketen in der Ukraine sprachen, veröffentlicht von einer Mitarbeiterin des russischen Staatsfunks auf Telegram. Worum es genau ging und warum das relevant ist, ist für Laien etwas kompliziert. Eine Einordnung. Zitat Ende. Hier verkauft Korrektiv seine eigenen Leser für dümmer, als sie vermutlich sind, beziehungsweise vertraut darauf, dass wohl kaum jemand der Newsletter-LeserInnen sich die Mühe macht, neben der Einordnung durch die Redaktion auch noch das 38-minütige Gespräch in Gänze anzuhören. Denn im Gegensatz zur Darstellung der Faktenchecker ist ein Teil der Brisanz des mitgeschnittenen Gesprächs der Bundeswehrvertreter genau der Aspekt, der negiert wird. Ex-Zitat Florian Warwick. Zum Thema der Mitschnitt würde Bundeskanzler Scholz widerlegen, beziehungsweise der notwendigen Einbindung von Bundeswehreinsatz bei Zielplanung und Steuerung der Taurus. Hier wurden ganz konkret Überlegungen angestellt, wie man diese Verbindung vertuschen kann. Ex-Zitat Matthias M. Schon irre und auch extrem dumm, wie sich die Journalie gerade hinbiegt, dass Scholz widerlegt wurde, denn es wurde im Taurus League ausdrücklich betrachtet, wie man bei zeitnaher Lieferung die direkte Beteiligung vertuschen könnte. Zitat Ende. Wenn man jetzt politisch Sorge hätte, dass diese Line von Südsel direkt nach Ukraine eine zu direkte Beteiligung ist, politikal alles, könnte man dann auch sagen, okay, das Datenpfeil wird bei MBDA gemacht und wir schicken unsere ein, zwei Experts nach Schrobenhausen. Ist zwar totaler Schwachsinn, aber jetzt mal so gesehen, aber politikal ist vielleicht was anderes. Wenn der Datenpfeil von der Industrie kommt, wird es, der kommt bei uns direkt aus dem Verband. Ja, die Frage wird sein, wo kommen die Daten her? Ja, jetzt sehe ich einen Schritt zurück, wenn es um die Zieldaten geht, die idealerweise mit Satellitenbildern kommen, weil da bezieht es jetzt an die höchste Präzision, dass wir also unterhalb von drei Metern Genauigkeit haben. Die müssen wir verarbeiten im ersten Step in Büchel. Abhängig davon würde man aber in irgendeiner Art und Weise, denke ich, mit einem Datentransfer zwischen Büchel und Frobenhausen das hinbekommen. Oder was natürlich auch geht, dass man unter Umständen den Datenfall nach Polen schickt und man hat den Handover-Takeover in Polen irgendwo und es fährt jemand mit dem Auto hin. Verwiesen sei beispielhaft auf folgende Aussagen im abgehörten Gespräch. Oberstleutnant Udo Fenske vom Zentrum Luftoperationen ab Minute 2722. Wir wissen doch alle, dass die Ukrainer die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar, wir wissen auch, was es letztlich bedeutet. Dann ist die Versorgung gefährdet. Die gute Insel ist ja das Herzstück, nicht nur militärisch ist sie wichtig, auch politisch. Jetzt nicht mehr ganz so fatal, wo sie quasi ihre Landbrücke mehr oder weniger dahin haben. Und da hat man dann eben Angst, wenn der direkte Link unserer Streitkräfte in die Ukraine geht. Und da wäre dann halt immer die Frage, kann man den Krieg pullen, dass man unsere Leute abstellt zur MBDA, das nur eine Direct Line zwischen der MBDA und der Ukraine ist. Dann ist es weniger schlimm, wie wenn die Direct Line unserer Luftwaffe zu finden ist. Wenn es nachher um den Einsatz geht, dann wäre tatsächlich die Empfehlung, dass wenigstens die ersten Missionsunterstützungen durch uns erfolgen werden, da die Planung doch sehr komplex ist. Zitat Ende Darauf erwiderte Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhards Sekunde, ich hake da jetzt mal ein, Herr Fenske. Wenn man jetzt politisch Sorge hätte, dass diese Linie von Büchel direkt nach Ukraine eine zu direkte Beteiligung ist, im Grunde alles, könnte man dann auch sagen, okay, das Datenpfeil wird bei MBDA gemacht und wir schicken unsere ein, zwei Experts nach Schrobenhausen. Ist zwar totaler Schwachsinn, aber jetzt mal so gesehen, aber politisch jetzt halt vielleicht was anderes, wenn der Datenpfeil von der Industrie kommt, und wird er, der kommt ja nicht bei uns aus dem Verband. Zitat Ende Zum einen wird also eine direkte Datendieferung durch die Luftwaffe aus Büchel und eine indirekte Datendieferung durch den Hersteller durch Taurus-Raketen in Schrobenhausen durch dort eingeschleuste Luftwaffenexperten angedacht. Beides wäre eine direkte Beteiligung von Soldaten der Bundeswehr. Dazu führt Oberstleutnant Fenske dann weiter aus. Die Frage wird sein, wo kommen die Daten her? Jetzt gehe ich einen Schritt zurück. Wenn es um die Zieldaten geht, die idealerweise mit Satellitenbildern kommen, weil dadurch gibt es dann die höchste Präzision, dass wir also unterhalb von drei Metern Genauigkeit haben, die müssen wir verarbeiten im ersten Set in Büchel. Unabhängig davon würde man aber in irgendeiner Art und Weise, denke ich, mit einem Datentransfer zwischen Büchel und Schrobenhausen was hinbekommen. Oder, was natürlich auch geht, dass man unter Umständen das Datenpfeil nach Polen schickt und man hat den Handover-Takeover in Polen irgendwo und es fährt jemand mit dem Auto hin. Und ich denke, da muss man im Detail reingucken und da wird es auch Lösungsmöglichkeiten geben. Zitat Ende. Erst ganz am Ende werden diese Vertuschungsüberlegungen von Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr, Frank Gräfe, aus rein opportunistischen Überlegungen, stell dir mal vor, da kommt was an die Presse, ad acta gelegt. Das ändert aber nichts daran, dass zumindest für den Einsatz innerhalb der nächsten sechs Monate die Beteiligten keine Möglichkeiten sehen, dies ohne direkte Beteiligung hinzubekommen. Entweder direkte Einbindung der Bundeswehr oder als Alternative die Briten. Zitat Oder die andere Option. Wir fragen, ob in dieser Phase, bis die selber komplett ausgebildet sind, fragen wir die Briten, ob sie in dieser Phase übernehmen. Aber ich glaube, ein irgendwie gearteter Versuch einer Zwischenlösung, stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Wir haben unsere Leute in Schrobenhausen oder wir fahren irgendwie mit dem Auto durch Polen, sind, glaube ich, beides keine akzeptablen Lösungen. Zitat Ende. Es bleibt festzuhalten, mit der extrem verkürzten und tendenziösen Darstellung des Inhalts des Mitschnitts durch Korrektiv werden die bekannten Fakten dem gewünschten Narrativ folgend gedreht, aber nicht sachlich objektiv wiedergegeben oder, um im Korrektivsprech zu bleiben, gecheckt. Doch es wird noch viel wilder, was Faktentreue bzw. Faktenverdrehung angeht. Denn danach geht es in dem Korrektivbeitrag weiter mit der Überschrift, warum Russland das Gespräch abhörte und veröffentlichte. Hier verkauft Korrektiv schon in der Überschrift etwas als eine Tatsachenbehauptung, für die es bislang keinerlei endgültige Belege gibt. Ja, eine russische Journalistin hat das Gespräch veröffentlicht. Ob aber tatsächlich russische Dienste direkt für den Mitschnitt verantwortlich waren, ist eine bisher noch völlig ungeklärte Frage. Es spricht Bände, dass selbst ein eher Boulevard-Desk ausgerichtetes Nachrichtenmagazin wie Fokus hier um Welten sauberer arbeitet als die selbsternannten Faktenchecker. In einem Beitrag vom 2. März befragte Fokus die Militärexperten Oberst Adi Ralf Thiele, aktuell Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft, zu der Thematik. Thiele verweist auf die Nachfrage, wer als potenzielle Verdächtige für diese Abhöraktion in Frage kommen, neben Russland auch auf westliche Staaten, insbesondere Großbritannien. Zitat Grundsätzlich gibt es zwei Verdächtige, die das Gespräch abgehört und in Umlauf gebracht haben könnten. Zum einen die westlichen Staaten. Sie könnten ein Interesse daran haben, das vorsichtige Vorgehen von Bundeskanzler Scholz zu untergraben. Da in der hybriden Kriegsführung, in der zum Beispiel auch die Briten Meister sind, bevorzugt über Dritte agiert wird, ist zunächst nicht so, wie es scheint. Zitat Ende Vor einer vorschnellen Bewertung sei größte Vorsicht geboten, so Thiele abschließend. Endgültig die rote Linie zur Verbreitung von Fake News überschreitet korrektiv, aber mit dem anschließenden Verweis auf das sogenannte Havanna-Symptom als Ergebnisse russischer Geheimdienstarbeit. Zitat In US-Botschaften weltweit, auch in Berlin, gab es in den vergangenen Jahren mysteriöse Vorfälle, zuerst 2016 in Havanna. Mitarbeitende klagten über plötzliche, starke Kopfschmerzen oder Schwindel. Die USA und auch Deutschland ermittelten, im Raum stand die Vermutung, dass russische Geheimdienste die Botschaftsmitarbeiter mit elektromagnetischer Strahlung attackiert haben könnten. Warum und ob das stimmt, ist bis heute nicht klar. In den Ermittlungsbehörden vermutete man, es könne sich um eine reine Machtdemonstration Russlands gehandelt haben. Zitat Ende Der Korrektiv-Newsletter wurde am 4. März 2024 verschickt. Ziemlich genau ein Jahr zuvor, am 1. März 2023, hatte die US-Geheimdienstkoordinatin Avril Haynes in einer Pressekonferenz öffentlich erklärt, dass die US-Geheimdienste nach einer umfangreichen Untersuchung es als höchst unwahrscheinlich eingestuft haben, dass ein gegnerischer Staat für die Gesundheitsbeschwerden von US-Diplomaten verantwortlich sei. Ursachen der Symptome seien vielmehr Vorerkrankungen, gewöhnliche Krankheiten und Umweltfaktoren gewesen. Dieser Bericht wurde auch von allen großen westlichen Nachrichtenagenturen verbreitet und von fast allen deutschen Leitmedien aufgegriffen. So konnte man zum Beispiel auf Basis einer AFP-Meldung beim Spiegel am 2. März 2023 lesen? US-Geheimdienstkoordinatin Haynes legte nun einen umfassenden Bericht vor, in dem eine ausländische Verantwortung zurückgewiesen wird. Demnach gibt es keine glaubwürdigen Hinweise darauf, dass ein ausländischer Gegner eine Waffe oder ein anderes Gerät besitzt, das solche Symptome auslöst. Fünf der sieben an der Untersuchung beteiligten Dienste stuften eine ausländische Verantwortung als höchst unwahrscheinlich ein. Ein weiterer Dienst stufte sie als unwahrscheinlich ein. Ein siebter Dienst gab kein Urteil ab. Zitat Ende. Es ist folglich auszuschließen, dass in der Korrektivredaktion das offizielle US-Dementi in Bezug auf das Havanna-Syndrom und die angebliche Rolle ausländischer Dienste nicht bekannt war. Dass die Faktenchecker trotz mutmaßlich besseren Wissens von russische Geheimdienste die Botschaftsmitarbeiter mit elektromagnetischer Strahlung attackiert und In den Ermittlungsbehörden vermutete man, es könne sich um eine reine Machtdemonstration Russlands gehandelt haben. Schreiben spricht Bände über das professionelle Selbstverständnis in der Korrektivredaktion. Meinungsmanipulation statt Faktencheck. Vor diesem Hintergrund wirkt der Abschlusssatz in dem Korrektivbeitrag unfreiwillig komisch und fällt komplett auf die Autoren selbst zurück. Es geht darum, den Westen schwach und angreifbar erscheinen zu lassen und darum zu spalten. Um ihr entgegenzuwirken, sind Recherchen wie die unseres Faktencheck-Teams wichtig. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit.